Musik Aber was ist er denn? Wow, alle her! Ich bin noch nicht bereit. Servus. Er will noch mal. Er hat noch nichts. Servus. Ich muss warten. Das ist so eine geile Kombi. Ja. Ich kann es sogar ohne dich ausführen. Ich habe ja meinen Golem. Komm mal alle her. Das ist gut. Komm her, Bambi. Ich komme her, Bambi. Da bin ich zu Tode gerammt. Oder aus den abgeschossen. Keine Ahnung. Nee, du hast ihn getötet. Ich habe mich getroffen. Hm. Ich bin so eine Heu-Gabel hier rumlaufen. Neuner-Nee. Neuner-Nee. Niemand. Statt so ein Typ. Der ist ein entwieser. Oh. Schrei. Okay. Ich habe mich gerade mal auf dem Satz. Ich habe mich gerade mal auf dem Satz. ja okay ja die kapazität wurde erhöht ja ja ich schon nur neu ich muss warten hier ist ein quest gegenstand die leiche da angefasst ist ein quest gegenstand hungern der knochen truhe oder bis wir zurück wieso jetzt ist ja so ein gebiet auf knapp bei mir also da rein gesammelt ja sammelt todes seelen von wehrwölfen alle her er hat wieder von seelen einsamen können sie sich auch mal was anderes einfallen lassen wir sind gerade durch das gebiet durchgelaufen meine schuld tut mir leid reflex mäßig auf das pferd losgegangen in zukunft keine leichen mehr anfassen jetzt verlassen wir das gebiet dann ja da oben geht es wieder rein was hat denn verliebt war ja auch ich doch mal kurz meine ahnen an wo da weggezogen aber das ist oscar und ein ich habe ich lieber aber ich habe mich ja wieder hoch irgendwie die leiche sind in abgrund gefallen in den fluss neben der generation pro sekunde 49 ok auf ein bisschen werbe jagen wie er zum beispiel steifer streifer ich sage mal ein paar seelen aus spucken das wird wieder lustig wir sind gegner ja gut die haben seelen gehabt ich bin noch nicht aber so viele bambis ich glaube herr der ringe wirklich verklagen der tod dieser mpc hat gegen die kämpfe das tun passiert mit npcs ich habe hier mehr gar nicht ich gehe da rein es ist es ist der bau der wurde gezogen und direkt umgekippt ja ja eine truhe mit einem claymore der schwächer ist jetzt schon wieder ja wo ist mir auf der karte nicht angezeigt da bin ich habe zwei füchse auf einmal jetzt hier ist ein verwandten ich muss nur wollen wir ganz ruhig ich höre ane das war mein golem dann kann ich nicht auf meinem golem reiten ist viel besser als ein pferd der wird nicht müde er ist tot ein bisschen zu unspezifische habe ich jetzt denkens 50 auf fünf punkte wird ansehen fleisch drache neuer unten ja du hattest sie alle getriggert ich glaube ich muss die ganzen zentakeln wieder loswerden wir sind viel zu op wir sind unbesiegbar genau das ist ja was erst zum point von dem fleisch drachen gesagt wo ich hier im fleisch drache nur so kleine gegner war diese so glaube ich ich fand schon ein bisschen unspektakulär war die drachen halten mit der pferd war übergezogen probier das geht wenn wir wieder nur ein level kriegen dann ja gemeinheit noch nicht bereit das ist eine riesengroße arena da oben aber bestimmt irgendwann mal hätten müssen ich bin ja gerade von sarah an aber jetzt kann ich einen tank naja habe ich sechs von sieben ja endlich bis auf meinem level da ist wieder wenn da nichts ist haben wir sie auch nicht ja schon wieder an story gebieten hier vorbeigelaufen die war noch nicht besuchen sollen das wird ja gleich irgendwann voll der riesige postkampf kommen also da war nochmals kurz weg das ist wenn wir ein neues gebiet betreten oder so in laden das hat er explodiert das ist aber ein gegner ob meine ultimate eingesetzt wird seit ihrer kanz jünger hat er euch geschickt den geistern sei dank er hat mir die hälfte im voraus bezahlt nein keine geister nicht erwähnt dass es leichen gibt glaubt ihr er hat diese armen seelen vor uns angeheult er ist irgendwie vom teufel besessen oder so er ist irgendwie voller stimmungswechsel er hat er gesagt glaubt ihr er hat diese armen seelen vor was ich dich hab den der bock ich sind da let's go es ist kalt verdammt ja der problem oh gott auch mal explodiert ja alles keine ahnung noch mehr gehen wir sind ja schon tot noch mehr als immer die alle schön zusammen dann machen wir das ganze noch mal bitte tausend dämonen naja weil er ist jetzt schon tausend dann haben wir den ersten spürt schon erledigt ok der hätte ein bisschen mehr aus aber ich lade mir dafür ein schöner kreis hier ein land aus aber die person sind immer neue arbeit noch der misserösen topf untersucht ja ich auch ich dämme es ein ja da ist ja satan aber er kommt gegner der sind in der k 10 verdammt der könig aber ich weiß schrecklich einfach schrecklich fühlt sich nicht gut an und es gibt ein letztes wenn ihr eine herausforderung sucht ja doch immer die batterien des controller sind beinahe leer ja nein ich habe schon mal nachguckt und man irgendwie deine skelette irgendwie sichtbar machen kann ich habe mal geguckt ich habe nichts gefunden ich bin das mal schlechter sehe ich ich meine das hatte ich aber auch schon mal nachgeschaut ne ich habe auch nichts gefunden dann sind wir halt immer geister bei mir und mir sind der kreis hat ja wenn er sagt dann ist dass er die quest von dem angenommen noch nicht der hat schon wieder so eine sache satanistische stimme benutzt in einer stadt die in einer caldera versunken ist trifft mich dort dieses mal jagen wir gemeinsam ich rede mir ein verein hat mein baba einfach nicht irgendwie kein verständnis irgendwie auf von totenbeschwörern hat der denkt einfach nur als ein geister ja oder wir haben einfach zu viel getrunken und es gibt gar keine stelle ja das auge sieht was denn hier los macht er da soll damit aufhören nein nein aber ich bin breit möge eure zuversicht auch unten noch so stark bleiben er hätte dann gegen den kämpfen oder so krater von sachen da sieht mir doch noch eine sehr freundliche person aus ja genauso wie ich wie eine freundliche person aussehe habe ich muss warte ja ich muss warte ich muss warte ha und wir sind zu spät nicht total nein man tut es nicht fertig dieses letzte relikt ist schatten und licht vielleicht gibt es mal fettig und wir kämpfen da oben die leute getriggert aussehen ich bin auch nicht bereit fängt den lichtschall rum wie machen wir das denn w min? das ist das denn? jeslich nope weiter macht ich gar nicht den schubsen kann ich muss nicht die ersten pentagramm alles klar das sieht doch nett aus er ist ein juden sternen da ist alle juden sind böse ich glaube ich weiß schon wer uns dafür dieser ein dem mann meine illusion beendet ich werde das alles noch erklären versprochen sein versichert dass ich weder euch noch sonst wie unsere aufgabe besteht sein schultern muss angedämmt werden trau mir sehe ich etwa wie ein schlechter mensch aus wasser doch noch mal ein paar leute wir benutzen gibt dann benutze ich blut oder generelle hosen und legendären die sind nicht sehr generell wenn er der genervt meint 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 martens eine sekunde kreis der riesenschritte den angriff habe ich aber nicht massenwiederbehebung gemacht ich hab mal die wiederbelebungstaste gedrückt ich muss ich habe gerade noch ein tag gegner gekommen schon gut gehen ja wir schaffen das da hast du recht da ich habe ja dagegen geschubst ja gerade gelacht ist ein tausend stücke zu sprung oder ist der echte was habe ich ausgewischt auch wenn meine freunde ja 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 okay mit der ultimate bin ich glaube ich besser dran schon so viele gegner waren und ich noch dann weitere aktiviert hat noch mehr zu rufen machen die research wert große nummer ja vielleicht gesagt noch einmal der ringe so abchecken und dann müsste schon da rein geraten war das ein aufseher einer der schlimmsten er hat uns selige in ein frühes grab geschickt auch mich aber ich hatte glück ich habe euch aus dieser leichengrube gerettet und den geistern sei dank dass ihr das getan habt was euch angeht ihr habt nicht nur uns geholfen sondern jeder eine herausforderung abgeschöpfte liegt ja geld ist ein dürftiger lohn für ewige ruhe aber ich hoffe ich habe erfolgreich zu kuriositäten da irgendwas was ich nicht benutzen kann ja so eine maske seltener gegenstand plus 10 auf alle werte schwächer 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 versteht nur wenn du da rüber gehst plus 3 3 mein focus den ich jetzt schon ausgerüstet habe ist besser ja 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 da sind so vampire in so landminen rein gerannt und haben jedes mal gerufen landmann landmars 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 da oben steht sogar die uhrzeit ja 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 das ist ein ausrufe zeichen bei mir da neben der uhrzeit bei mir ist kein ausrufe sei also ich habe da die taste ja womit ich hier diese touch taste von der playstation controller ja 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 da kommt jetzt irgendwas neues irgendwie playstation mobile du kannst jetzt mit der plästischen fünf auch mobil spielen cool praktisch ja ja plästchen fünf aber halt mobil da funktioniert da kriegst du irgendwie so ein tablet oder so ein konsolenteil mit der hälfte der fernstärke von einer echten ps5 weil sie nicht so ist auch bei der switch wenn in einem handheld modus also wenn er unterwegs modus hier spielst dann laufen die spiele normalerweise ein bisschen schlechter weil ja nicht mit der console angeschlossen ist das sind die gegner ich komme gerade alle richtig ja 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 ich sammle euch alle doch ich habe mich gesehen so viele gegner hat gar kein blut ich muss warten ich muss warten wir haben das spiel jetzt echt drauf dann ist ja wenn man das spiel knackt da sind königsschlechter willst du da haben nein ich habe bestimmt bessere sachen das ist das zu sagen gehen wir zu der quest sentimentale wert da gab es nicht auf dich zu gerannt da bin ich auf ihn zu gerannt das sind wir zu viel wir haben keine chance ich sie mal daran ich sehe nicht cool gesehen die grad hier vorbeigeflogen ist ich glaube du hast du hast zu oft an deinem saft habt ich ziehe sie alle zusammen ich bin auch nicht nein steckt ich steck fest da ultimate oh gott ich halte mich alle auf ja awesome du doch noch mehr ja da ist ein ledigter gegner da haben wir so viel schaden macht wer gibt ein ich hatte das meine geister gehen auf die los au 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 der fahrer vorbei der spieler das spiel noch gehe ich alles zusammen mein gott stoffe einpünfte ich da ist irgend so eine rasselklappe irgendwo da soll deswegen ich höre die ganze zeit eine rasse hier sind schon wieder so viele hier 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 noch mal glaub ich gar nicht wie lange ich bin auch nicht mein gott ey Nein, ich habe sie gefordert. Na gut, da war ein langer Kampf, ey. Ah, okay. Ah, guck mal, ne, gar nicht. Das war der größte Massaker, guck mal, der sieht aus wie du. Ja, der hat gerade einfach an uns vorbeigelaufen, der hat die ganzen anderen Gegner mit sich gebracht. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe das gesehen, die sind hier mit der Hergarantie. Ja. Wir müssen ja rum anscheinend. Das war, ich glaube, ich, unsere größte Schlacht. Ich gehe jetzt aber ja vorbei. Aber wir kommen da auf die Seite. Ich glaube, da ist wieder ein Schlusspunkt. Oder so. Ich habe da gerade so ein großes Rot. Boah. Da war er nicht hier gerade in der Ecke da. Wir müssen also. Wir so unten links oder was? Ja, auf der Mini-Karte da. Ich hatte ein rotes Totenkopf-Symbol gesehen. Da müssen wir gleich unten nach links. Da ist die Kugel schon wieder. Ja. Ich bin nicht verrückt. Habe ich auch nicht behauptet. Ich habe es angedeutet. Oh ja, da ist ein Stützpunkt. Stützpunkt in der Nähe. Da kann man ja mal sehen, wie gut wird das, wie gut wir sind. Machen wir das. 52. Oh nein, die sind höher gelevelt als wir. Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Nein. Findest du das wert in finale Türen, achr, die leckerem ist kaputt, okay. da kommen sie wieder da draußen geklopft bei mir draußen damit der runde geht jetzt kommen sie wieder zurück so geführt hat man voll in der aufnahme ich höre hier nur explosion ich glaube jetzt doch was nein ich wollte nicht sprengen alle sind genau für mein fenster irgendwie haben trommeln oder so viele exklusive mit zehn von diesen fünf büchern auf einmal ich höre ich habe wirklich jetzt kommen nur draußen man müssen natürlich so ein ganz dicker kommt er noch einmal ja naja schon erledigt okay so ist das viel besser ich habe jetzt gelernt hier irgendwie meine wiederbelebt ich tote kreiere einfach gedrückt halten die taste statt dann einzeln nacheinander zu drücken natürlich schneller weiß nicht was es bedeutet robust einfacher schild erwartet mal sowas für dich aber das nur blaue dann brauche ich da nicht dann ist heute nicht direkt von mir aufgetragen jetzt die nächste frügelei die auf uns wartet da war ich auch nur so ein april gar von tag irgendwelche komische blitztürme hinter und sehe naja naja ich bin ich wollte in den reinen ram ich bin auch nicht bereit naja ich habe meinen turm kaputt mein stampfer meiner reiner rasselt da was den scheiß ja komm hat mich ausgeraffelt versuchte immer sofort ausgestalten ja 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 ich habe ja schon mal sein geformt ist halt mich ja 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 erlaubt mich die rennen vor allem weg und dann schießen ja von weiten ab ich glaube bald man hat ja auch immer so viel schaden genommen hier ist natürlich einfach spät der uns im weg einfach drauf bleibt er einfach drauf sondern jetzt ruhe man okay das heißt nur wegen gefäße ich habe nun mal mal bekommen der besser ist cool schon wieder besser alter naja theoretisch sind wir hier nur mit 52 gebiet habe ich jetzt überhaupt ein fertigkeitspunkt bekommen durch meinen level ab jetzt vergessen der paragon ja ja habe ich gar nicht verteilt da haben wir schon alle jetzt nicht weiter ich muss machen muss in der letzte turm nach unten ist auch schon auf der karte also hat das recht dann wir können die fertigkeitspunkte die rest sind nur noch so vier oder so die wir kriegen können gebiet wahrscheinlich da ich muss machen ja nein meine arten die kommen nicht vorbei hier auf ihn los nicht auf was anderes selbst eure brillen auf sind schon müde und alt so wie hier ich wollte eigentlich weg ausweichen aber jetzt die ding zu hochgeklettert hier ist ein tagebuch gewesen in der truhe doch der älteste da waren ich bin ich zu den minen aufgebrochen ne ist befreien doch habe ich hier werden seine macht erlangen so müssen wir mal vorstellen mein golem klingt über das seil aber er mag es ja durchzukommen durch den kreis des todes stampfer des todes ich muss machen ich habe ohne die tentakel werden hätten wir hier mehr schwierigkeiten ja ja ganze bildschirm ist bei mir aber ja das nächste ding ich trinke mal da rein durch ich will auch viele gegner vor der menge geratte ja ich bin auch nicht bereit und da kommt ja der erste rachtler ok da meine anmachen der menge schaden weil der turm hat gerade noch die hälfte ap weil es die wohnung aber der auf einmal weg da auch schon wieder ein rad wird schwinger erledigen er ist tot was hat schwer da muss ich nein habe ich eingesperrt ich bin noch nicht bereit ich habe jetzt sehr viele leichen und meine fähigkeit einzusetzen meine tasche schwert der wird ein bisschen lernen ja meine sachen ich glaube die sachen die wir bekommen ja schon wieder so fast alles was ich jetzt hier bekommen habe sowas golden war aber ist ja besser los hat sich schon abschließen ich glaube der wird wieder explodieren vielleicht auch nicht doch der explodiert da kommt noch eine flamme schicksal schwäche so letzten schlusspunkt der war auch über unserem level ja nur von belohnung ich weiß nicht wo die fleisch drachen herkommen da ist nun glaube ich unser boss hier ja ich meine bisher immer das einfachste glaube ich ja ja war nicht so vielleicht naja was geht ich bin noch eine menge gegner die blitze tun weh müssen wir da naja hat passiert na warte du stück wir sind gerade passiert ich habe gesagt die blickte tun weh das gar nicht von den blickten da beide auf einmal gestorben sind wir machen diese blitze er an dann lassen wir auf den bus gehen ich meine besser aufpassen müssen wir machen ich sehe den ganzen massen leider nicht ein golem der finger diese typen schießen auch die ganze zeit auf und weg da klein sich ja mal erledigt ja die vorhin aber wieder ja dann ist das schon wieder weg zu bekommen ich muss warten aber noch mal ich komme schon ich muss wieder weg das ist ja nicht mal der direkte er macht dann auch immer durch immer sich ja der boss ist der einfachste aha okay dann macht er immer nur über ein von uns ja ja naja ja ich bin der gefangen ich komme darauf das war ein blitz oder ein französchen ein stück ich bin noch nicht bereit nein er hat uns getrennt ich habe mich lieber ja schon gewollt aber das das werden immer mehr wird so jetzt wenn diese angekündigt am boden glaube ich ich kann mich dem nicht nähern was meine ahnung geht auch irgendwas los machen wir mehr noch ein paar mal da habe ich betäubt auf den raub auf den raub auf den raub da hat direkt in den anderen clips reingestimmt ich habe die kleinen jahr kaputt ich bin ja gefahren jetzt kommen wir nicht auf ich hoffe auch mal ein paar sachen hier ich bin da reingestimmt in die blitze ich habe mich auch mal ich habe keine tränke mehr nein da war es für mich ich muss ich habe noch mal rein meine armen war ein legendäres amulett ertragen ah mein gott ja der boss da sind immer die einfachsten alle naja rings soweit jetzt hat wirklich eingesammelt aber es gibt mir auch erdbeben oder doch mehr wenn das den belaufen wird sekunden fälscher schaden übersagt da habe ich aber wieder noch weniger foko ist jetzt besser aber sache muss ich mich etwas erleichtern ja ja er hat das aber an sich gab irgendwie sehe ich ja noch so leben hier aus jedem postkampf irgendwie mit null trinken immer raus wir machen mal kurz ding jetzt haben wir ja es ja vollständig und wegpunkt bei den namen schon so